Ich möchte Sie herzlich begrüßen in diesen schwierigeren Zeiten. Das Kunst hat es geschafft, im Gegensatz zu Trump, Covid-frei zu sein. Am Taz dürfen Sie die Masken runternehmen, aber immer wenn man sich bewegt, sollten Sie sich eine Maske aufsetzen. Außer im freien Land. Und sich auf ein Pferd hat gehen lassen, vor Freude, dass endlich der Krieg ausgebrochen wird. Aber der Krieg, den Frankreich gegen Deutschland führt, der ist doch ungerecht. Unsere Sache ist gerecht, nur unsere Sache. Wieso verstehen das diese Franzosen nicht? Nein, wir werden schon noch drauf tun, aber dann, dann wird es zu spät sein. Die Theater sind alle geschlossen, sogar die Hochoper. Alle melden sich, oder müssen sich melden. Wenn Europa in Flammen steht, da darf man nicht klanglich sein. Die Sänger, der Chor, die Schauspieler, alle sind dabei. Wir haben diesmal nicht mehr viel Zeit, die Welt zu retten. Und, was ist eigentlich mit dir? Meldest du dich freiwillig? Also bitte, ich bin beim ersten Aufgebot noch nicht dran. Freiwillig werde ich das sicher nicht mal mitmachen. Eigentlich wollte ich mir ja eine Pianinchen suchen. Aber, wenn du schon einmal darfst. Also immer weiter mitmachen. Stille,れて machen dich. Danke dir. Danke dir. Jetzt war ich schon zwei Jahre lang, in der Verlacht, in Kikoko, in der Kassel bedingen. Dann schlag' ich doch der Teufel drei, Kassel, zu Gott, will ich nicht sein. Komm' vorall, komm' vorall zur Schau'n, Hauptmann, Hauptmann wurde genannt. Wir sollen dort in Wohle marschieren, wir sollen dort in Wohle marschieren. Das ist gut, das geht jetzt gemüt. Was tun wir hier eigentlich? Von Brahms? Das ist ja schrecklich. Nein, ist es nicht. Sondern unser neues Programm. Natürlich nur, wenn du willst. Doch, schau'n, eine alte Zeit. Thronfolger ermordet, das ist schrecklich. Es ist gerade erst sechs Wochen her. Vier Wochen haben sie gebraucht, der Österreicher, bis sie den Serben ein Ultimatum gestellt haben. Zwei Wochen, vier Wochen. Aber die Militär, die haben nicht locker gelassen. Und die Zeitung jetzt auch nicht. Auf die kann man sich verlassen, wenn es um was geht. Und jetzt ist endlich Krieg. Da steht's ja. Es ist ein Verdienst der maßgebenden Militär, dass man sich diesmal Serbien gegenüber zu einem unbeugsamen Vorgehen entschlossen hat. Ein wirklich tolles Stück. Kann man fast sagen, ein Zeitdokument eigentlich. Es ist ein Zeitdokument und es ist, die Verführung von Menschen ist leider etwas, was sich durch die ganze Menschheitsgeschichte zieht. Also das ist nichts Neues und hat halt leider auch nicht 1919, wo das Stück aufhört, aufgehört. Jetzt kann man sagen, die Kunst hat Macht, aber sie kann auch missbraucht werden. Und in dem Fall wird sie ja missbraucht. Ja, das hat schon begonnen faktisch mit der ersten Hymne, von der wir wissen, dass es sie gab. Die Marseillais, die halt eingesetzt wurde, auch für militärische Zwecke. Und die Musik ist halt eine Himmelsmacht, aber auch eine Menschenmacht. In der schönen, in der neuen, in der neuen, in der grauen Welt. Uniform, in der schönen, in der neuen, in der neuen, in der grauen Welt. Uniform, in der schönen, in der neuen, in der grauen Welt. Und wie er gesagt hat, die Welt ist in die Hände der Menschen gefallen und die Musik ja auch. Absolut, ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Lieder in diese Richtung gibt und wie viele Künstler tatsächlich auch darin verwickelt waren. Ja, faktisch alle, bis auf den Kalk raus. Und das, was man jetzt da gehört hat, ist ein kleiner Teil dessen. Ich habe zu Hause stapelweise Sachen, aber das Ganze war dann zehn Stunden lang. Das ist es dann doch ein bisschen zu lang. Die erste Fassung war zweieinhalb Stunden lang. Es wurde schon mal gespielt in einer früheren Fassung. Und ich denke, die 90 Minuten jetzt sind gerade richtig. Absolut, ja. Und es war wirklich sehr interessant, weil es wirklich einen schönen Querschnitt gegeben hat. Ja, das freut mich, dass Sie das so sehen. Und ich habe mich halt auch bemüht, das in eine Geschichte einzupacken, die mit den Menschen zu tun hat. Weil es sind immer Menschen, die betroffen sind. Und es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das arbeite ich wissenschaftlich oft, das liest auch niemand. Aber wenn Menschen involviert sind, dann ist das immer etwas, was auch die Leute direkt anspricht. Hat unter den Sterbenden er eine erkannt. Und ich weiß nicht, dass man sagt, das ist tatsächlich so. Weil es eben Menschen involviert sind, die Person der Sängerin, die hat sich ja da ganz schön hineingekniet. Ja, die hat sich hineingekniet, hat sich eingesetzt und am Ende des Stücks kommt ja dann auch schön heraus. Das ist nicht wirklich eine Rechtfertigung dafür, aber zumindest ihre Beweggründe, warum sie sich so hineingekniet hat, um letztendlich Geld zu verdienen, um ihrem Sohn Geld schicken zu können, auch ihrem Mann im Endeffekt. Und damit rechtfertigt sie vor sich selbst im Endeffekt diese ganze Propaganda, die sie mitbetreibt. Und im Zuge dieser Geschichte gewinnt sie den Fritz dann doch recht lieb. Und erst als er dann wirklich weg ist, merkt sie, wie sehr er ihr gefehlt hatte. Dieses motorisierte Geschütz von Ferdinand Porsche, den ich heute Abend auch hier begrüßen möchte, ihm zu ehren, die Dolomitenmacht. Wir hauseln und wir holten wie eine Adlerblut, Och über Tal und Wolstein in treuer Bayrügge Wut, Und klimpen, kühlen, klettern, doch glatt und fressen Schacht, Wir trotzen, weht und weiten, die Dolomitenmacht. Wir trotzen, weht und weiten, die Dolomitenmacht. Wobei man am Anfang nicht so ganz sicher war, ist das Überzeugung von ihr, dass sie diese Lieder so bringt. Es war ein bisschen Überzeugung, hat er, glaube ich, auch mitgespielt. Absolut, definitiv überzeugt davon, ja. Also, ja, stimmt, zu Beginn ist sie hundertprozentig davon überzeugt. Sie findet, das ist was Gutes, was Tolles. Es ist bei allen diesen Dingen, am Anfang ist man euphorisch und mit zunehmenden Problemen schwindet das dann. Jetzt haben wir die Person, das... Russen und Tod. Du kommst mir langsam vor wie ein Frontsoldat, von oben bis hinten und voll mit Dreck. Mit Dreck, aber moralisch. Ich weiß ja, du kämpfst auch, aber du wirst immer mehr hineingezogen. Ach, komm mir nicht moransch. Da, sei froh, dass ich dir wieder deinen Schein besorgt habe. Du bist nach wie vor von öffentlichem deutschen Interesse und daher nicht im Schatten im Tal. Wer ist dir lieber, woanders als hier bei mir für Militärzwecke zu arbeiten? Weißt du, was Rilke Unglängs geschrieben hat? Die böse Lüge ist seit einem Jahr sicher oft die Ursache wirklichen Geschehens geworden. Die Welt ist in die Hände der Menschen gefallen. Die Dichterdichten unterscheiden der Zeit. Die Komponisten komponen. Und du spielst ja nicht Klavier. Der von Anfang an ja gar nicht so wirklich begeistert war von der Idee, aber in Krieg ziehen, vor allem in einem sinnlosen Krieg, was er nämlich an schon vermutet hat, da sucht man dann Hilfe in irgendeiner Form. Der Fritz ist der, der das eigentlich durchschaut, mehr oder weniger von Anfang an, zumindest diese Propaganda. Und da hat er sich halt immer dagegen gewehrt. Er ist sozusagen der Verschwörungstheoretiker von heute und der Corona-Leugner. Und deswegen ist die Rolle natürlich ein Gegenpol zu ihr am Anfang. Und das Schöne ist eben, wie sie dann doch zusammenfinden, gegen Ende dann. In solchen Situationen ist es dann meistens, dass das Schicksal dann so erbarmungslos zuschlägt eigentlich, wenn man sagt, ja, ich mache es eigentlich für meinen Sohn und der dann aber gerade in dieser Maschinerie dann ums Leben kommt. Wo dann spät aber doch die endgültige Erkenntnis langsam zu arbeiten beginnt. Du hemlischer Vater, mach uns die Freude, lass wieder einkommen, die gemütliche Zeit. Du hemlischer Vater, mach uns die Freude, lass wieder einkommen, die gemütliche Zeit. Jetzt sollte man glauben, dass nach 1918 eigentlich die Leute keiter worden sind und sich nicht mehr durch Musik oder durch Kunst oder überhaupt verblenden haben lassen. Mitnichten, das war eben nur heute zum Anschauen, so manche Wahlkampfveranstaltungen, alle Achtung. Das ist eben das Spannende daran, dass es sehr aktuell ist. Also wir haben eben nicht schlecht geschaut, wo das zum ersten Mal das Skript bekommen hat, wo dann die Zeit, wie sie halt jetzt ist, dann so richtig in die Blüte gekommen ist. Da haben wir nicht schlecht geschaut, wie viele Parallelen da eigentlich sind. Also deswegen ist es durchaus ein sehr aktuelles Stück. Und ja, also, und die Künstler, also werden sozusagen heute, sind halt, ja, es spricht im Prinzip für sich, sagen wir mal so. Ich würde auch sagen, ohne jegliche Wertung, es ist, man sollte wirklich sich genauer hinschauen, bevor man sich irgendwo in den Dienst einer Sache stellt. Und das ist hier wunderbar herausgekommen. Und ich muss noch einmal sagen, es war eine wunderbare Darstellung der ganzen Geschichte. Und ich glaube, besser kann man es nicht mehr machen. Dankeschön. Wir sagen danke. Applaus 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 Applaus